Ersetzen der Tonerkartuschen Öffnen Sie die vordere Zugangsklappe. Greifen Sie das Ende der Tonerkartusche und ziehen Sie sie gerade aus dem Drucker heraus. Recyceln Sie die Materialien. Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus der Verpackung. Halten Sie die Tonerkartusche an beiden Seiten fest und bewegen Sie sie hin und her. Richten Sie die Tonerkartusche an Ihrem Steckplatz aus und setzen Sie sie in den Drucker ein. Schließen Sie die vordere Zugangsklappe. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube Kanal. Soarten Sie sich das Ende der Videobeschreibung finden Sie auf dem Daten schütteln. Fach Odechlein